so wir sind fast zurück bei unserem haus fünf kilometer hin und zurück aber dieser riesen umweg wird sich lohnen mit diesem monstermotor wir wollen lassen die kiste wir müssen eben schon ein stückchen schieben weil der motor zwischen überhitzt ist beim anschmeißen aber jetzt kommen wir gut voran ja wer gab es klar so sollen wir durch kühlwasser vollhauen öl vollhauen und diesel tanken dann müssen wir diesel haben so 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 Ich habe es. wir werden uns noch von dem Bus die Scheinwerfer mopsen Wasser auf jeden Fall, irgendwo hier haben wir noch was wir haben koffer rum ja, aber ein Schlückchen Was haben wir hier so'n schönes? Was haben wir hier so'n schönes? Warte, ich weiß noch was da ausdrücken. Einmal hier. Nicht auskippen, nicht tropfen, nicht deckern. Genau, 3 Liter erreicht. Egal. Alkohol, Dieselfelge, Diesel! Nicht sehr viel, aber... ...dies reicht. Mal gucken, ob er damit läuft. Das hat mir den Rest auslaufen lassen. Der Leer heißt... Da... ...weil den Spiel zu finden, ist eigentlich nicht schlecht. Aber es kann sein, dass der Motor auf tierisch viel fressen wird. Das ist genau so. Also ist alles gut, wenn ich nicht schaue. Das ist alles gut. Das ist alles gut. Wir gucken uns mal an, wenn wir die Rumpfeln... ...wurde. Das ist eine Rumpfeln. Klappe zu und Daumen drücken. Das ist ja gut, dann kann man mal hier in der Giste sitzen. Ich springe noch ein bisschen nach. Ich muss erstmal vorwärts kommen. Wenn er kommt, dann kommt er aber. Oh, die riesen Reifen gar nicht leicht zu fahren. Shit, das ist ein Panzer. Nicht Maschine rein wegzuholen. Das ist ein Panzer. Das ist ein Panzer. Die Scheiben laufen von dem Bus und dann wird glücklich. Das ist ein Panzer. Das ist ein Laser-Log-Drive. Das Radius ist unter anderem verbrennt. Wollen wir mal gucken. Ich lass nur rollen. Boah, Alter. Das muss eigentlich gleich wieder da sein. Nein. Das müssen wir auf jeden Fall schneller jetzt schieben. Wow, 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 wow. Da müssen wir aufpassen. Da müssen wir aufpassen. Da müssen wir aufpassen. Da müssen wir aufpassen. Auf jeden Fall. Ja, ja. Könnt ihr die wissen wollen, wie man den Motor und die Kühle aus dem Bus rauskriegt? Erstmal aufmachen tut man ja hier unten. Das ist ein kleiner Verscheid der Fahrt. Nein. Natürlich auch das Schlenker hier, wenn wir da hinten springen. Das war leider eh schon leer. Das war auch noch Mucks. Okay, Motor, kein Spaß. So, wir müssen diese Wohnplatten, die hier noch so liegen, abmontieren. Und dann kommen wir da an den schönen Sachen ran. Das hier ist der Tank. Den kriegen wir da nicht raus, ne? Das wäre natürlich noch ein richtiges Highlight. Der Motor muss man auf jeden Fall hier ein bisschen kräftig rausdrehen mit Gewalt. Ansonsten kommt er da nicht ran. Und mitnehmen? Nee. Der ist ja gewesen, wenn man ihn mitnehmen könnte. Und das ist unser alter Motor. Komm, neben uns an der Luft. Da liegen sie voller rum. Komm, Pinta. Was denn ist? Mal runter vom Kack aus. Das scheiß ich, das ist gut. Aber du hast keine Ausblattung. Der große Kerl ist einweich. Der ist mal so schön. Und dort kann ich auch noch auf diesen Sieg, jetzt geht es weiter. Komm, Pinta. Dann schmeißen sie an.. Komm, Pinta. so das radio vorsteckt das filmen wir nie wieder das filmen wir glaube ich nicht wieder das ist unbegebuddelt das werden wir uns auch noch mal besorgen und werden uns das eben packen sie